Hallo bei Incub Your Pen. Da ich immer wieder mal auf meine modischen Gesichtspunkte hin angesprochen wäre, was ich für Hemden trage, zum Beispiel Hemden mit floralem Muster, sei mir gegrüßt, Stein des Anstoßes, habe ich mich entschieden, heute mal was Neues zu machen. Zuerst möchte ich euch mal zeigen, was ich heute trage. Also kein Hemd mit floralem Muster. Das war Punkt 1. Und wenn wir jetzt schon hier so in Richtung Mode gehen, dann ganz speziell für den Stein des Anstoßes habe ich hier Lippenstift. Wir werden also jetzt Beauty-Geheimnisse machen. Werden wir natürlich nicht. Sieht aber aus wie ein gigantischer Lippenstift. Heute geht es um den Parker Facet. Das ist ein Parker Füllhalter, von dem hatte ich bisher noch nie gehört. Und ja, wie immer will ich euch den natürlich vorstellen. Aber mich zunächst bedanken bei Rainer Fullerman. Der hat mir den nämlich geliehen. Vielen Dank, lieber Rainer Fullerman, dass ich hier den heute vorstellen kann. Und ja, will euch den Füllfüllhalter natürlich beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Und da ich ihn mir nicht gekauft habe, sondern geliehen bekommen habe, sage ich euch, ob ich ihn auch gerne hätte. Oder ob es sich aus meiner Sicht nicht lohnt. Dann geht es jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Ja, in dieser gigantischen Lippenstift-Verpackung wird der Parker Facet geliefert. Also ich finde schon mal die Idee, den in so einer Box zu liefern, finde ich schon mal sehr genial. Weil sie unterscheidet sich halt deutlich von dem, was man sonst so an Füllfüllfederhalterboxen bekommt. Ich zeige dir mal hier von allen Seiten. Hier seht ihr das P für Parker. Und hier habt ihr es nochmal. Und dann steht da auch Parker Facet. Also es ist ein Design, was man nicht unbedingt jetzt so als erstes erwarten würde. Der Parker Facet wird seit 2008 hergestellt. Und ich musste aber feststellen, dass er jetzt nicht mehr erhältlich ist. Also ich gehe davon aus, dass der so in den 2020er Jahren eingestellt wurde, weil man findet noch Restexemplare. Teilweise auch in Japan zu horrenden Preisen. Aber habe keinen Online-Shop hier aktuell gefunden, wo ich den noch ordern könnte. Insofern gehe ich davon aus, dass der jetzt vor kurzem erst eingestellt wurde. Insofern sage ich mal die 2020er Jahre, da wird es dann wohl zu einer Einstellung geführt haben. Was ich sehr schade finde, weil ich finde schon hier diesen gigantischen Lippenstiftbox, finde ich schon fantastisch. Das gefällt mir schon mal super gut. Muss ich schon mal sagen. Dann machen wir die mal auf. Dann ist das hier eine Kunststoffbox, seht ihr hier drin. Die ist mit Schaumstoff gefüttert, damit der Füllfederhalter gut unterkommt, sage ich mal, und sicher liegt. Hier haben wir dasselbe noch mal und da passt der exakt rein. Und dann können wir die Box wieder verschließen. Und dann haben wir hier den Parker Facet vor uns. Und ihr seht schon, diese Form, die ist so ein bisschen, ja, manche erinnern sich an Rotring. Idee ist, das Design soll inspiriert sein von natürlichen Kristallformationen. So ist man bei Parker auf diesen Füllfederhalter gekommen. Und den gibt es in drei Farben. In Blau, in Chrom und in Granit. Das Blau hat man nachher mal umbenannt, wie die anderen Farben auch, von Blau in Agate Steel Blue Lacquer. Also es bleibt blau, die Farbe hat sich nicht verändert, man hat der Farbe nur einen anderen Namen gegeben. Klingt halt irgendwie besser, vielleicht. Oder auch nicht. Es gibt davon Füllfederhalter, es gibt Multipens, es gibt Kugelschreiber und Rollerballs. Und wie gesagt, alles wird in diesen drei Farben hergestellt. Und ich finde nicht nur das Design der Box, sondern auch das Design des Füllfederhalters ist für Parker, die eher zu den konservativen Firmen zählen würde, schon gelungen und interessant. Insofern finde ich es schon schade, dass ich den hier nicht mehr gefunden habe. Schauen wir uns erstmal den Clip an. Der ist super funktional. Wirklich ein ganz klasse Clip. Und ich mag auch dieses Design, dass man hier den so ein bisschen abstehen lässt. Das sieht richtig, richtig klasse aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Hier oben, da muss ich mal ein bisschen näher reingehen. So, hier oben. Seht ihr dann auch nochmal hier eingeätzt, Parker. Und dann seht ihr hier schon so eine Schraubfläche am, sag ich schon, an der Kappe. Und die wiederholt sich hier hinten nochmal. Die Schraubfläche an der Kappe hat keine Funktion. Und auf die Funktion kommen wir später nochmal zu sprechen, wenn wir nämlich den Füllfederhalter dann öffnen wollen, beziehungsweise uns den Konverter anschauen wollen. Die Kappe ist gesteckt. Legen wir den Füllfederhalter mal nebenhin. Dann werden wir nochmal zur Taschenlampe greifen. Aber man kann es auch so schon sehen. Innenkappe aus Kunststoff. Also alles sehr wertig gemacht. Die Kappe selber ist auch aus Kunststoff. Fühlt sich so an. Sehr gut verarbeitet. Das hier oben ist Metall. Und dieses blaue, ja, ich sag mal an Rotring erinnernde Muster ist aus Kunststoff gefertigt. Ja, also das war schon mal sehr gut gelungen. Hier oben sieht man nochmal Parker-Logo drauf. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Edles Stück. Griffstück ist aus Kunststoff. Verjüngt sich nach unten ein wenig. Ist schmal, dennoch griffig. Feder, Parker-gebrandet. Ihr seht es, da ein M drauf für eine mittlere Feder. Tintenleiter ohne äußere Lamellen. Also auch außen glatt, aber hier seht ihr es. Innen hat er natürlich welche. Und, ja, dann kommt der Körper, der Schaft, der aus diesem Kunststoff gefertigt ist. Der sich auch sehr gut anfühlt mit den schwarz abgesetzten Teilen. Und wenn wir den jetzt öffnen wollen, müssen wir hier hinten drehen. Sonst kriegen wir den gar nicht auf. Also man schraubt hier auf und dann löst, seht ihr schon, lösen sich hier Schaft und Griffstück. Und dann kann man hier hinten den Converter befüllen, beziehungsweise kann den Converter aus dem Schaft herausbekommen und kann den Füllfederhalter befüllen. Werde ich jetzt nicht bewegen. Ich habe ihn schon befüllt mit Diamine Penoblue. Und, ja, ich finde diese Mechanik schon sehr, sehr schön. Und das sieht gut aus und wirkt auch so ein bisschen futuristisch, sage ich mal. Also für mich ist es ein ganz ungewöhnliches Parker-Modell. Ja, ansonsten kann man hierzu nicht weiter was sagen. Hier können wir nochmal reingucken in den Schaft. Da sehen wir auch Metallgewinde. Metallgewinde auf Kunststoffgewinde allerdings. Und ansonsten alles eine Metallkonstruktion bis nach oben. Ja, könnt ihr das so. Mal gucken, ob ihr da was sehen könnt. Also ich konnte es jetzt sehen, aber ihr könnt es erst jetzt sehen. Ja, schauen wir da nochmal rein. Also alles hochwertig verarbeitet, nichts Scharfkantiges dran. Wirklich ein tolles Stück, muss man einfach sagen. Und vor allen Dingen mal irgendwie was Innovatives. Man muss natürlich dann wieder beim Zusammensetzen gucken. Man kann es also nicht so zusammensetzen, weil dann wird es nicht werden. Sondern man muss genau den Punkt treffen, dass man es hier wieder zusammenbekommt. Was jetzt gleich mal nicht mehr geht. Ja, wird. Moment, wir wollen mal schauen, ob wir hier was drehen können. So, jetzt sollte es wieder passen. Genau. Also man muss so ein bisschen sich damit anfreunden, weil er passt halt nur auf einer bestimmten Stelle. Und da muss man hier so leicht anfangen zu drehen und dann fügt er sich schon wieder ein. Also ihr seht, ich habe noch nicht hier die Riesenerfahrung mit diesem Füllfederhalter. Aber man muss sich so ein bisschen reinfummeln. Genauso ist es natürlich mit dem Kapper aufstecken. Könnt ihr natürlich nie so aufstecken. So funktioniert es halt nicht, sondern ihr müsst natürlich so aufstecken. Und dann hält es auch wieder. Okay. Ja, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Ich finde auch schön, dass hier die Teile, diese Plastikteile nochmal schwarz abgesetzt sind. Das hat auch nochmal sowas, ja weiß ich nicht, so wie Maschinendesign. Ich habe da gar keine so richtige Begrifflichkeit für. Aber ich finde, es sieht sehr cool aus, dieser Füllfederhalter. Ja. Dann kommen wir doch gleich mal zum Maßen und zum Gewicht. Der Füllfederhalter, der ist eigentlich dafür, dass er auch hier Plastik hat. Aber da seht ihr natürlich auch, innen drin ist alles Metall. Und das macht ihn auch so wertig und auch recht gewichtig. Wiegt er 33,7 Gramm, befüllt mit Tinte. Und natürlich mit dem Konverter hier drin. Er misst im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte, 14,1 Zentimeter. Und ohne Kappe, also schreibbereit. Da liegt er auch sehr gut in der Hand. Auch in meiner recht großen Hand könnt ihr das hier sehen. Da passt alles sehr gut. 12,9 Zentimeter. Und ihr könnt natürlich die Kappe auch aufstecken. Und da müsst ihr natürlich wieder gucken. Geht wiederum nicht so, sondern geht dann wieder auch nur an einer Stelle. Dann könnt ihr die aufstecken. Und dann seht ihr schon, da wird es aber ein ganz schöner Riese. Da misst er dann 17,2 Zentimeter. Und wird auch ein bisschen kopflastig. Also wäre nicht meine Welt, muss ich dazu sagen. Ja, soviel zum Maßen und zum Gewicht. Dann können wir jetzt hier einfach nochmal ein bisschen den Fokus nach unten fahren. So. Und dann werden wir uns mal dem wichtigsten Punkt bei einem Füllfederhalter widmen. Nämlich seinen Schreibeigenschaften. Wir haben heute hier vor uns den Parkaf Set. Sieht komisch aus, wenn ich das so verkehrt rumschreibe. Aber so schreibt er sich. Der hat eine M Stahlfeder. Wird seit 2008 gebaut. Bis 20er. Weil jetzt nicht mehr erhältlich. Muss ich aber mal mit Fragezeichen machen. Da habe ich keinen Hinweis genau gefunden. Wann der eingestellt wurde. Die Tinte ist Diamine. Pinoblue. Und das Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP. 160 Gramm. Ja, einen ersten Eindruck habe ich schon, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich erstmal wieder ruhig. Und ihr dürft dem Stift beim Schreiben zuhören. Also ich finde die Schreibeigenschaft fantastisch. Die Feder ist fantastisch. Er ist auch aus meiner Sicht ein M bis ein B. Von der Ausprägung her. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde den ganz fantastisch. Der schreibt sich wundervoll. Die Feder ist toll. Muss ich wirklich sagen. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Und da versuchen wir mal schnelles Schreiben. Und schauen mal, wie der Tintenfluss mitkommt. Ja, ist sofort da. Ja, Tintenfluss hat auch keine Probleme. Gibt es auch keine Schwierigkeiten. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Kratzt ein bisschen. Wird ein bisschen dünner. Aber es geht. Ich denke, da sind wir so bei EF. Aber alles in allem geht es. Ob er dann durchhalten würde, das war hier mein Fehler. Da bin ich ein bisschen abgehoben mit der Feder. Ob er durchhalten würde, ich würde sagen, Ja, aber kann ich jetzt so hundertprozentig natürlich auch nicht sagen. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variationen die Feder bekommen. Weil mich begeistert diese Feder schon. Mal gucken. Wenn wir da leichten Druck ausüben, ob wir da noch was rausholen können. Ne, eigentlich wenig, aber trotzdem sehr angenehm und zum Schluss nochmal Tintenfluss auch perfekt. Ja, also ihr habt es meinen Worten schon entnehmen können. Ich bin wirklich begeistert von dem Parker Facet. Und so viel jetzt hier zum Schreibtest und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Parker Facet? Jetzt zeige ich ihn euch nochmal. Und da habe ich auch schon das erste Teil, was mir sehr gut gefällt. Die stylische Box. Ich finde, das ist mal was Außergewöhnliches. Das sieht gut aus. Wie gesagt, dieses Lippenstift-Design. Ich finde es sehr, sehr cool. Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir ausnahms oder ausnehmend gut. Aber mir gefällt gut, dass dieser Clip hier, wie der befestigt ist und wie funktional der ist. Dieses ganze Design hier. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich den halten soll. Dass ihr es in der ganzen Bandbreite auch seht, hier in diesem Füllfederhalter. Der ist wirklich, wirklich fantastisch. Ich mag das, wie man den Schaft hier vom Griffstück brennt mit dieser Schraube hier hinten. Und dann dreht man da auf und dann löst sich das hier an den Teilen. Also das macht schon irgendwie was her. Auch wie die Kappe aufgesteckt werden muss. Das ist eben alles nicht so wie beim normalen Füllfederhalter, sondern es ist einfach ein super interessanter Füllfederhalter. Und ich mag natürlich auch die Schreibeigenschaften. Die Feder ist spitzenmäßig. Ich mag auch, dass die so eine starke M-Ausprägung schon Richtung B gehend hat. Das gefällt mir auch sehr gut. Perfekte Schreibeigenschaften. Also toller Füllfederhalter. Was gefällt mir weniger? Es ist eigentlich nur eine Sache und da kann ich nicht sagen, dass die mir weniger gefällt. Aber man muss sich ein bisschen, man muss dem Füllfederhalter Aufmerksamkeit widmen. Man muss sich ein bisschen mit beschäftigen. Ansonsten macht man was kaputt, beziehungsweise man muss sich so ein bisschen konzentrieren, weil die Technik und das Handling, sage ich mal, die Bedienung, die ist anders als bei anderen Füllfederhaltern. Aber das ist ein Designstück, was ihr hier vor euch habt. Insofern, ja, ich würde es nicht mal als negativen Punkt betrachten, aber man kann eben nicht so einfach so ratzfatz rausziehen, wenn man jetzt mit verschiedenen Füllfederhaltern schreibt und dann ab und zu mal nur mit dem Parker Facet, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich darauf konzentrieren muss, wie bediene ich diesen Füllfederhalter. Und das wird vielleicht einige davon abhalten, den für, keine Ahnung, schnelle Notizen zu nehmen, sondern eher, um vielleicht daheim einen Brief zu schreiben, keine Ahnung. Das sollte auf jeden Fall wissen, das ist so mein erster Eindruck. Nochmal schönen Dank an Rainer Fullerman für die Leihgabe dieses schönen Stückes. Und insofern fällt auch mein Resümee sehr eindeutig aus. Es ist ein außergewöhnlicher Parker-Füllfederhalter, was Box, muss ich nochmal zeigen, aber auch Mechanik betrifft. Würde ich ihn gerne auch besitzen. Es ist ein wunderschönes Stück und das kann ich eindeutig mit Ja beantworten. So einen schönen Parker Facet hätte ich auch gerne in meiner Sammlung. Insofern herzlichen Glückwunsch Rainer Fullerman für diesen außergewöhnlichen Parker-Füllfederhalter oder zu diesem außergewöhnlichen Parker-Füllfederhalter. Ja, so viel von mir dazu. Ich bin begeistert. Ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen, ob ich irgendwo, ich sage mal, zu günstigen Konditionen ein Facet finde. Konnte ich euch damit Lust machen auf einen Parker-Fassett? Oder habt ihr schon einen und habt ganz andere Erfahrungen oder die gleichen Erfahrungen? Oder seid begeistert oder nicht begeistert? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Inga Biopem.